der ball wird gut gegeben jetzt sagt jörges nee der war nicht drin es wäre dann der schlusspunkt dieser partie und ja sie schaut hin akzeptiert ist klarer erfolg 6 3 und das hat aber gut gesehen mein lieber mann dann haben sie also relativ früh bewusst dass der gut ist ein zentimeterchen war der an der linie das ist wieder eine beeindruckende leistung 6 3 6 1 für azarenka die jetzt also gegen agneska radwanska anzutreten hat man kann sich nur wundern wie die das hier mit einer perfektion hinlegt es ist ein weiterer erfolg für sie 20 zu 0 siege in diesem jahr für viktoria azarenka das sind die zahlen die beeindruckenden und wir schauen mal also ab 12 uhr ivanovic gegen wo es ja geht das ist aber auch schon eine partie die sicherlich eine menge spaß machen kann vielleicht haben sie ja lust während wir hier noch ein paar daten sehen ja die aufschlagquote ich habe das ja gesagt das war bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal